Der Blitzmarathon ist eine polizeiliche, meist einen Tag andauernde Aktion der Überwachung des bewegten Straßenverkehrs in Deutschland. Sie dient zur Bekämpfung der überhöhten Geschwindigkeit auf den Straßen, eine der häufigsten Ursachen für Unfälle. Der erste Blitzmarathon fand am 10. Februar 2012 in Nordrhein-Westfalen statt, er wird seit dem 10. Oktober 2013 bundesweit durchgeführt. Am 16. April 2015 erfolgte die erste europaweite Aktion. Ein weiterer europaweiter Blitzmarathon mit mehr als 20 beteiligten Ländern fand am 21. April 2016 statt. Die Polizei nutzt dabei folgende Maßnahmen. Uniformierte und zivile Radarfahrzeuge einsetzen. Geschwindigkeitsüberwachung mit und ohne Anhalten durchführen. Stationäre Radaranlagen nutzen. Laserpistolen und Videomessfahrzeuge einsetzen. An Unfallschwerpunkten und an bekannten Rasa-Strecken Präsenz zeigen. Die geplanten Messstellen werden zuvor meist über die Medien bekannt gegeben. Es sei aber auch mit Kontrollen an nicht bekannt gegebenen Stellen zu rechnen. Geschichte Als Teil der langfristigen Kampagne des Landes Nordrhein-Westfalen Brems-Dich-Rette-Leben gegen Geschwindigkeitsunfälle wurde am 10. Februar 2012 der erste Blitzmarathon veranstaltet. Das Ergebnis veranlasste Innenminister Ralf Jäger dazu am 3. Juli 2012 den zweiten Blitzmarathon durchzuführen. Die Bürger waren aufgefordert, Wutpunkte zu stellen, an denen sie sich über Raser oder Drangler ergann, zu vergeben. Die Bürgerbeteiligung dazu war groß. An 2673 der gemeldeten Wutpunkte kontrollierte die Polizei daraufhin. Aufgrund des guten Erfolges fand der dritte Blitzmarathon am 24. Oktober 2012 länderübergreifend in NRW, Niedersachsen und den Niederlanden statt. Am 4. Juni 2013 startete der vierte Blitzmarathon in NRW und Niedersachsen. Ursprünglich hatte auch Bayern seine Teilnahme beabsichtigt, sagte aber die Aktion kurzfristig wegen der aktuellen Hochwasserlage ab. Nach den nachweisbaren Erfolgen der Aktionen verabschiedeten die Innenminister der Länder auf der ständigen Konferenz der Innenminister und Senatoren der Länder am 23. 24. Mai 2013 in Hannover den Beschluss zur gemeinsamen, länderübergreifenden Durchführung des 24-Stunden-Blitzmarathons. Der erste Blitzmarathon wurde am 10. Oktober 2013 bundesweit durchgeführt. Am 18. September 2014 hat der zweite bundesweite Blitzmarathon stattgefunden. Ein dritter fand am 16. April 2015 statt. Wegen der zentralen Trauerfeier für die Opfer des Germanwingsfluges 9525 wurde dieser allerdings um sechs Stunden verkürzt und ging nur von 6 bis 24 Uhr. In Schleswig-Holstein entfiel der Blitzmarathon wegen des Treffens der G7-Außenminister zudem komplett. Der für Herbst 2015 geplante Blitzmarathon wurde wegen Überlastung der Polizei abgesagt. Er fand bundesweit nicht statt. Umfang Beim ersten Blitzmarathon in NRW kontrollierte die Polizei landesweit rund 456.000 Verkehrsteilnehmer, von denen 17.169 zu schnell fuhren. Am ersten Blitzmarathon, der am 10. Oktober 2013 durchgeführt wurde, kontrollierten 14.700 Polizisten ab 6 Uhr morgens über 24 Stunden bundesweit an mehr als 8.600 Stellen die Geschwindigkeit. Es wurden mehr als 3 Millionen Fahrzeuge kontrolliert, etwa 83.000 waren zu schnell. In Bayern wurde an 1.500 Kontrollstellen sogar eine Woche lang kontrolliert, vom 10. bis 17. Oktober 2013. Beim zweiten bundesweiten Blitzmarathon am 18. September 2014 waren mehr als 13.000 Polizisten an fast 7.500 Messstellen im gesamten Bundesgebiet im Einsatz. Obwohl ungefähr die gleiche Anzahl an Autofahrern wie im Jahr zuvor kontrolliert wurde, hat die Polizei 2014 93.000 Geschwindigkeitsverstöße registriert. Diese Zahl liegt deutlich höher als die 83.000 Verkehrssünder des Vorjahres. Beim Blitzmarathon 2015 gab es hingegen weniger Verstöße als 2014. Bei 3.254.819 kontrollierten Fahrzeugen stellte die Polizei 91.262 Tempoverstöße fest. Erfolge Auswertungen in den Polizeibehörden zeigen, dass auch zwischen den Blitzmarathons langsamer gefahren wird, erklärte Innenminister Ralf Jäger am 2. Oktober 2013. Das Verhältnis der hohen Geschwindigkeitsüberschreitungen zu den geringeren Überschreitungen habe sich in Köln verändert. 2010 lag der Anteil der hohen Überschreitungen noch bei rund 57 Prozent, 2012 waren es nur noch etwa 30 Prozent. Die durchschnittliche Überschreitungshöhe hat sich in Dortmund seit November 2011 von 14 km pro Stunde auf jetzt 10 km pro Stunde verringert. Kritik Der Duisburger Verkehrswissenschaftler Michael Schreckenberg hält den Blitzmarathon für nicht zielführend. Es wird kritisiert, dass Kommunen und Länder auch erhöhtes Interesse an den Einnahmen aus der einmaligen Aktion haben könnten. Was als Abzockerei bezeichnet wird. Diese Argumentation wird durch Hinweise auf die Wahl der Blitzeraufstellungsorte unterstützt. Als Beispiel wird München genannt, wo die Blitzer 2012 nicht nach Unfallträchtigkeit, sondern nach Mengenpotenzial aufgestellt wurden. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in NRW, Arnold Plickert, erklärte dazu. Die 24-Stunden-Blitzaktion ist ein hervorragendes Mittel, um die Gefahren des Rasens ins öffentliche Bewusstsein zu bringen. Ein wirklich idealer Zustand wäre es allerdings. Wenn die Polizei nicht nur an diesem Tag Raser aus dem Verkehr zieht, sondern wenn wir jeden Tag auf der Straße präsent sind.